Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hochwürdiger Pater Regens, liebe Mitbrüder, ehrwürdige Schwestern, liebe Gläubige. Ein reges Treiben erfüllt die ganze Stadt. So ist es immer, wenn Weihnachten vor der Tür steht. Geschmückt und beleuchtet sind die Straßen und die Gassen. Für Kaufhäuser eine goldene Zeit. Die Schaufenster sind voll von allerlei schönen Sachen. Das Spielwarengeschäft zeigt ein bewegtes Bild. Neben Stofftieren und Puppen und blinkenden Autos schweben die Flugzeuge, rotieren Hubschrauber und die Eisenbahn zieht ihre Kreise. An allen Ecken und Enden blitzt es, blinkt es, dreht sich etwas, bewegt sich etwas. Drei Kinder mit ihren Zipfelmützen stehen vor dem faszinierenden Schauspiel. Das muss ihnen ja gefallen. Zwei von ihnen zeigen große Begeisterung. Mit dem Finger zeigen sie auf die Sachen. Schau dort, siehst du jenes da? Siehst du das da? Rufen sie aus. Aber das dritte, das hält das Köpfchen gesenkt und steht teilnahmslos dabei. Jetzt fangen die anderen an zu gestikulieren und krampfhaft zu erklären, was man dort sehen kann. Das dritte Kind wendet sich von einem zum anderen. Die Spielsachen scheinen es gar nicht zu interessieren. Das ist doch sonderbar. Eine leise dunkle Ahnung hält das Herz des Beobachters gefangen. Die Neugierde treibt ihn näher heran. Er sieht jetzt die Kinder von der Seite. Die zwei bemühen, sich weiter zu erklären. Auf dem Gesicht des Dritten ein hilflos fragender Ausdruck. Da wird es zur Gewissheit wirklich wahr. Das arme Kind ist blind. Liebe Gläubige, die Kirche ruft uns heute zu. Freut euch, als seid im Herrn. Noch einmal sage ich, freut euch. Und doch ist so vielen, ja sogar den meisten, diese Freude völlig fremd. Die Freude, von der der heilige Paulus hier spricht, ist keine weltliche Freude. Es ist eine geistige. Er sagt, freut euch im Herrn. Und so viele haben keine Ahnung, worüber sie sich hier freuen sollen. Warum sie sich freuen sollen. Deshalb, weil sie blind sind. Mit den Augen des Geistes sind sie blind. Jede Freude kommt aus einer Liebe. Und darum kann sich das arme, blinde Kind auch nicht über diese Spielsachen freuen, wenn es sie nicht erkennen kann. Und damit sie auch nicht lieben kann. Freut euch, alle seid im Herrn. Noch einmal sage ich, freut euch, sagt uns der heilige Paulus. Aber diese Freude hat eine Voraussetzung. Wer Gott nicht liebt, der kennt nichts von dieser Freude. Damit aber jemand Gott lieben kann, muss er die Augen seines Verstandes öffnen. Er muss etwas von Gott erkennen. Sonst ist er blind. Erzbischof Lefebvre hat sehr deutlich auf diese Blindheit hingewiesen. Gerade für unsere heutige Zeit. Und er hat auch das Heilmittel dafür gesagt. Er sagt, dass wir ein geistliches Leben führen müssen. Ein Leben des Gebetes. Erst dann öffnen wir nämlich in gewisser Weise unsere Augen. Unsere Augen für diese geistige Welt. Er sagt, die wichtigere Welt, die Welt, die bleiben wird, das ist die geistige Welt. Die materielle Welt kommt von der geistigen Welt. Sie wurde durch den Geist geschaffen und nicht umgekehrt. Einmal, wenn die Erde zerstört ist und die Sterne vom Himmel gefallen sein werden, am Ende der Welt wird diese Welt vergehen. Liebe Gläubige, so oft setzen wir unsere Prioritäten nicht richtig. Wir halten die materielle, irdische Welt so viel für wichtiger. Und die geistige, übernatürliche Welt, wir leben oft so, als ob sie für uns gar nicht existiert. Oder erst irgendwann einmal für uns wichtig werden könnte. Nicht hier, nicht jetzt. Dabei ist das völlig falsch. Es ist eine Torheit. Es ist geradezu eine Blindheit. Im Gegenteil, diese geistige, übernatürliche Welt ist eine Realität. Keine Legende, kein Märchen, kein Relikt aus einer längst vergangenen Zeit. Und diese geistige Welt ist eine Realität, die für uns jetzt hier eine Realität ist. Eine Realität, an der wir niemals vorbeileben können. Denn der heilige Paulus sagt, in Gott leben wir, in Gott bewegen wir uns, in Gott sind wir. Und es ist wahr, Gott ist hier. Wir wären nicht hier, wenn Gott uns nicht im Dasein erhalten würde. Aber wir sehen ihn nicht. Und das macht es uns schwer, von seiner Wirklichkeit eine genaue Kenntnis zu haben. Wir leben darum in gewisser Weise in einer Blindheit, in einer ständigen Illusion. Aber wenn wir Gott auch nicht sehen können, so müssen wir doch an ihn glauben. Denn schließlich macht es den Inhalt unseres ganzen gegenwärtigen und zukünftigen Lebens aus, mit Gott zu leben. Das ist keine Erfindung. Das heißt nicht irgendeinen Mystizismus betreiben oder Fantasien nachzulaufen. Das ist die Realität. Und es ist traurig, daran zu denken, dass wir immer in einer Art Täuschung leben. In einer Blindheit. Aber Erzbischof Lefebvre sagt, in dem Maß, in dem wir unser innerliches Leben entfalten, dieses geistige Leben, das Leben mit Gott, das Leben der Taufe, in dem Maß öffnet sich uns eine neue Welt. Stellen wir uns vor, dem armen, blinden Kind, das vor dem Schaufenster steht. Stellen wir uns vor, diesem armen, blinden Kind werden plötzlich die Augen geöffnet. Plötzlich, mit einem Mal. Und die schönen Dinge, die es nur in der Beschreibung gehört hat, die glänzen jetzt in seinen eigenen Augen. Und zugleich kommt der Ladenbesitzer und verspricht dem Kind, ihm alles zu schenken. Wäre das nicht eine ungeheure Freude? Und eine ganz ähnliche Freude werden wir erleben, wenn wir wirklich anfangen, betrachtend zu beten. Es ist, als würden uns langsam die Augen geöffnet für diese geistige Welt. Und der wirksamste Augenöffner, liebe Gläubige, der wirksamste Augenöffner, das ist der Rosenkranz. Wenn er wirklich so gebetet wird, dass seine Geheimnisse betrachtet werden. Wenn der Rosenkranz beharrlich und gut gebetet wird, dann öffnet er die Augen des Geistes. Und die Freude, die wir dann hier auf Erden schon erleben können, sie ist ein echter Abgrenz der Freude, die wir im Himmel bekommen werden. Der höchsten Freude, die es überhaupt gibt. Es ist so schade, dass so viele kaum ein kleines bisschen von dieser Freude je erlebt haben. Denn alle, die sie wirklich erlebt haben, bezeugen, dass sie diese Freude gegen nichts in der Welt jemals eintauschen würden. Nicht im Traum. Die heilige Angela von Foligno schreibt, Ich habe die schönste Schönheit gesehen, die alles gut in sich begreift. Alle Engel und Heiligen waren darum, um Gott zu preisen. Aber von ihm ging eine solche Süßigkeit aus, dass ich die Engel und Heiligen um ihn herum kaum wahrnehmen konnte. Denn ich sah, dass er das alleinige Gute ist und der Inbegriff aller Schönheit. Wenn wir das erkennen, liebe Gläubige, wie sollen wir uns nicht freuen? Es wäre uns völlig unmöglich, uns gar nicht zu freuen. Und das ist es sicherlich auch, worüber sich die Mutter Gottes gefreut hat, als sie das Magnifikat angestimmt hat. Noch hat sie ihren geliebten göttlichen Sohn nicht in ihren eigenen Armen, noch kann sie ihn gar nicht sehen, aber sie trägt ihn unter ihrem Herzen. Und die Freude darüber war so groß, dass sie diesen Gesang anstimmt, Hoch preiset meine Seele den Herrn, und mein Geist verlockt in Gott meinem Heiland. Ihr Geist verlockt in Gott. In Gott. Die Freude ist deshalb, weil es Gott ist. Gott, der uns verheißen ist. Gott selbst wird Mensch. Bitten wir die Mutter Gottes, dass sie uns lehrt, das höchste Gut, Gott zu erkennen. Dass sie uns lehrt, ihn, der über alles liebenswürdig ist, mehr zu lieben. Beten wir sie darum, dass sie uns diese Freude lehrt, die geistliche Freude, die wir vor allem im Gebet, vor allem im Betrachtenden, vor allem im Herzensgebet erlangen können. Denn sie ist der Abglanz von dem, was wir einmal erleben können im Himmel, wo wir uns auf ewig freuen werden. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen. Amen.